Hallo und willkommen zurück zu diesem Minipart von Mario Zero. Ich habe es teilweise geschafft, die darauffolgenden Level wiederherzustellen, weil wir haben ja nur Level 1 bis 4 gespielt und jetzt spielen wir, ich weiß nicht, Level 6 oder Level 5, ich weiß nicht, 1 von diesen Leveln. Mehr habe ich leider nicht hinbekommen mit meinen Kenntnissen, was Map-Packs betrifft. Nichtsdestotrotz wollte ich euch nicht dieses eine weihnachtliche Level vorenthalten. Und wir spielen einfach gemeinsam nochmal dieses einzige Level, auch wenn es ein kurzer Part ist. Hoffe ich, dass ihr Spaß habt mit diesem kleinen Weihnachtslevel. Es soll einfach um Weihnachten gehen. Es soll um Spaß gehen und wir werden jetzt Spaß haben. Lass uns Spaß haben. Auf geht's! Ein schön eisiger Himmel. Gefällt mir. Und weiter geht's hier mit diesem Gebiet. Wow. Eisig. Falsche Richtung. Woh! Falsche Richtung. Woh! Oh my! Oh! Oh my GOD! Und ja, tatsächlich, ich hab's geschafft, ein weiteres Level aus dem Levelpack nochmal spielbar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Texturen stimmen, aber wir probieren's jetzt mal aus und genießen wieder dieses Luftschiff. Okay. Tatsächlich ein Luftschiff. Coole Sache. Ja. Oh, das ist fies. Das ist fies. Oh, knapp. Ja. Ja. Musik Hier drin muss es sein, aber es geht nicht weiter. Warte, das kriegen wir hin. Ach, ich brauche eine Portal Gun. Ich brauche eine Portal Gun, das ist ja fies. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder mit der Portal Gun. So, ich bin zurück mit der Portal Gun und ich kann tatsächlich wieder rein. Wir brauchen tatsächlich die Portal Gun dafür. Geht nicht anders. Also, dieses Level wurde quasi für Portal Mario konzipiert. So, das sieht doch sehr stark nach einem Boss aus. Könnte es bum bum sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir beim nächsten Level. Ich muss ja halt immer so ein paar Kniffe anwenden, damit wir das weiterspielen können. Also, mal schauen. Was ist das? Oh, das sieht ein bisschen schwierig aus. Okay, wieder Portal Mario. Es geht nicht. Interessant, dass es nicht geht. Es geht nur hier. Okay. Okay,. Okay. Ich彌 challenged das nicht. Gleich geht nicht. Hmm. Oh ja, so kann man es auch machen. Alter, wie soll das denn gehen? Ich bin doch gleich tot. So ein typisches Portal Mario Level. So, Freunde, das ist das letzte Level. Falls es irgendwelche Störungsgeräusche im Hintergrund gibt, einfach ignorieren. Ich lade einfach gerade mein Smartphone auf. Und wir werden tatsächlich das wirklich allerletzte Level vom Christmas Pack spielen. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß in den letzten Minuten dieses Map-Backs. Und habt ihr Spaß? Ich finde, ich habe richtig gut. Viel Spaß. So, jetzt haben wir nochmal die Portal Gun gesehen im Einsatz. Danke, Mario. Und ich kann es nicht erkennen. Also, unsere Prinzessin befindet sich in einem anderen Schloss. Es geht also weiter. Macht nichts. Das war es jetzt aber diesmal wirklich mit dem kompletten Map-Pack. Ich musste halt so ein bisschen ein paar Sachen zusammenschustern. Aber von der Chronologie her hat es ja einigermaßen gepasst. Sorry, dass es nicht optimal gelaufen ist. Jetzt ist aber das Map-Pack komplett. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mario-Zero-Part wieder. Falls euch dieses Video überhaupt gefallen hat, setzt natürlich voraus, dass euch das gefallen hat. Und falls euch das gefallen hat, dann bitte Like da lassen, Abo da lassen und Glocke aktivieren, damit wir weiterhin viel, viel Spaß haben werden. Ich wünsche euch nochmal ein frohes, besinnliches, ruhiges und tolles Weihnachtsfest. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.